Hallo, ich heiße Lukas Tressler. Ich bin 14 Jahre alt. Ich spiele auf der 8. Position. Meine bisherigen Vereine sind SV Necker-Westheim und FC Löchgau. Mein Vorbild ist Toni Kroos. Bei FIFA spiele ich meistens Manchester City. Meine persönlichen Ziele sind besser zu werden und die Meisterschaft zu gewinnen. Und meine Teamziele mit der Mannschaft sind die Meisterschaft zu gewinnen und den Pokal zu gewinnen.